Also den Abend mit euch habe ich mich wirklich verdient. Die Susan ist in den Ferien. Und den ganzen Haus alt musst du selber machen? Ja, natürlich. Hey, da kommst du im Fall zu nichts mehr. Nur schon die Wäsche. Also kannst du mir anzeigen, wie es geht. Das ist im Fall pädagogisch wertvoll. Glätten habe ich auch noch selber. Gut erfunden. Die Adora von Zug mit der Weltneuheit Dampfglätten statt bügeln. Die Adora von Zug mit der Weltneuheit Dampfglätten statt bügeln.